Yo, was geht ab Leute, herzlich willkommen zum neuen Video von meinem Kanal. Ja Leute, in diesem Video möchte ich euch mal einen überkrassen GTA 5 Online Outfit Glitch zeigen. Wir für alle Konsolen, also auch PS4 und Xbox Next Gen, also wirklich für alle Konsolen, die lilane und die orangene Jogger bekommen könnt, mit den Helmen. Ihr seht das ganze Outfit hier gerade. Genau dieses Outfit werden wir uns in diesem Video rausholen. Natürlich auch das orangene. Let's go mit diesem Glitch. Und alles, was wir jetzt einfach einmal dafür machen müssen, um diese beiden Outfits mit den beiden Jogger und mit den beiden Helmen zu bekommen, ist uns einfach einmal einen Job zu starten. Dieser Job hier heißt Powerplay. Ich in meinem Fall wurde von dem lieben Timo eingeladen. Danke nochmal Timo, dass du mir diesen Glitch gesagt hast. Wenn ihr auch diese beiden Outfits wollt, dann schreibt gerne ein nettes Kommentar und ich werde mir jeden einzelnen raussuchen und mit euch dem Job zusammen starten, so dass ihr euch diese beiden Outfits aus diesem Job rausholen könnt. Nämlich sobald wir dann zusammen diesen Powerplay Job hier gestartet haben, ich in meinem Fall, wie gesagt, habe den jetzt noch mit zwei anderen Kollegen gestartet, sollten wir auch schon gleich im nächsten Menü ankommen und in diesem Menü hier machen wir jetzt einfach einmal bereit. Und sobald wir jetzt einfach einmal im nächsten Menü hier bereit gemacht haben, sollten wir dann auch schon sehen, der Job wird automatisch gestartet. Und sobald wir gleich im Job drinnen angekommen sind, also sozusagen im Job einfach einmal gespawnt sind, sollten wir sehen, wir haben hier schon unser gewünschtes Outfit an. Jetzt gehen wir einfach einmal ins Interaktionsmenü, gehen auf Stil, gehen einfach einmal auf die Accessoires und wechseln jetzt einfach einmal die Handschuhe. Haben wir das dann gemacht, verlassen wir einfach einmal den Job und sobald wir wieder in der GTA Online Lobby angekommen sind, sollten wir sehen, wir haben hier dieses Outfit an. Sobald ihr dem Job joint, kriegt ihr nämlich das lilaner Outfit. Als Host könnt ihr natürlich euch auch noch das orangene Outfit holen. Ich hoffe, dieses Video mit diesen beiden Joggern und mit den Helmen hat euch gefallen. Wenn ja, Like und Abo nicht vergessen, joint gerne unseren Community Discord Server, checkt ganz wichtig auch den ersten Link in der Videobeschreibung ab. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein und ciao.